Gott, so von deines jene Fracht, hat Abschwein an der Sünden bracht. Er sendet dir sein Gnadenlicht, und wie vor diese Damen, die er so reichlich ihr verspricht, nur offene Geistes-Augen haben. Des Satans Mist ist ohne Grund, die Sünder zu bestrinken. Brichst du nun selbst den Gnadengrund, wirst du die Hilfe nie erblicken. Die ganze Welt und ihr Begleiter sind nichts als falsche Brüder.